Hey, etwas mehr Licht, Sully. Okay. Hm. Und ein Alchemisten-Labor. Moment. Erinnert dich dieser Ort an etwas? Ja. Und zwar ein malos gruseliges Versteck. Sully. Sully, das ist John Dees Labor. Hier draußen? In Frankreich? Tja, er folgte den Hinweisen bis zu den Kreuzzügen. So wie Lawrence. Hey, sieh mal. Schon wieder serbisch. Aber was sind das für Symbole? Er hat wohl an etwas gearbeitet. Hier ist so etwas wie eine Nachricht. Auf Hinochisch. Kannst du es entschlüsseln? Es geht. Der Altar schützt den Eingang in die Unterwelt. Ah, er hat ja mit Magie Geister beschworen. Ja, oder im Altar versteckt sich ein geheimer Weg, mein Jammer. Oh. Klar. Hilf mir schieben. Schlauer alter Mistkerl. Oh, danke. Das war gut. Okay. Das war gut. Okay. Da haben wir es. Sully, gib mal Feuer. Ach, viel besser. Also irgendwann solltest du mal deinen eigenen Streichhölzer bei dir haben. Wovon redest du? Oh, sieht aus, als wollten wir etwas draußen halten. Oder drinnen. Hier, hilf mir mal. Alles klar. Gib mir mal. Mit etwas Glück. Wenn er etwas über das Atlantis der Wüste wusste, nahm er es mit ins Grab. Na, dann suchen wir das Grab. Genau. Mal sehen. Er wollte das wohl lösen, brachte es aber nicht zu Ende. Okay. 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 Boo. Okay. Okay. Jetzt kommt mir mal aus. Was ist das? Mittelalter Spielshow? Echt raffiniert? Ja. Was gefunden? Diesen Kräft erscheint er nicht zu legen. Nein, nein. Sie haben seinen Grab bestimmt versteckt. Such einfach weiter. Hey. Sieh mal, wie das Licht deiner Fackel da auf dem Boden reflektiert wird. Hey, das Symbol verändert sich, wenn du dich bewegst. Was ist das? 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 Okay, wir müssen hier raus. Okay, ich suche mal einen Weg rüber. Okay, ich weiß, ich weiß. Hey, das geht. Läuft wie geschmiert. Jetzt müssen wir runter. Okay. Das war's für heute.